Und wir sind auch wieder bei Torchlight, ähm, und jetzt waren wir kurz davor, glaube ich, in die nächst schiefer gelegene Ebene zu gehen und das machen wir natürlich auch gleich, und zwar ist der Star. So, erst mal noch was trinken. Jetzt habe ich auch die Texturen und den Power-Mod draus gemacht. Ähm, ach, wenn wir ja noch unseren... Okay, Moment mal. Ich muss mal kurz erst abgehen. Es gibt jetzt halt nämlich zwei Möglichkeiten. Okay, anscheinend hatte ich doch recht, dass dieses Item, wo wir letzte Folge 2000 Schaden gemacht haben... Das war doch anscheinend nur ein Item-Format, deswegen bin ich jetzt erst mal unser... Das hat mich auch gewundert, bis zum Geht-Nicht-Mehr. Ups, wo hat denn ich... Good to see ya. Ich hab' mich nämlich schon gewundert gehabt. Hm, jetzt haben wir über unsere guten Items weggeworfen. Yo. Kotz. Was? 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 O-Ford? No, alter. Oh, man. Ich hab's müssen. U-Ford. Ich fand's müssen. Oh, was ist das? Ich hab's müssen. Ich hab's müssen. Ich hab's müssen. Das ist, ähm... Ja! Jawohl. Wir haben es doch noch nicht abgegeben. Ach geil, wir können... Five Hells stolen on hit... Ten Hells, okay. Gut, das kostet zwar ziemlich viel, aber... Hatte mir jetzt sogar die ganzen Passiv... Will der mich verarschen? Es ist doch pervers. Ja, gut, okay, komm. Hm, komm schon. Ich hab mir aber... Trotzdem muss es so viel Schaden, äh... Trotzdem muss es das geben, weil... Es gibt ja trotzdem diese Errungenschaft, dass man... Alter, können die mal das scheiß Stairs ab... Ein bisschen weiter weg machen von den Fischern, Alter. Ist doch scheiße. Oh mein Gott, Alter. Jetzt haben wir es natürlich... Sieben, 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 sieben. Oh mein Gott, Alter. Wieso kriegen wir so viel Schaden? Wieso kriegen wir so verdammt scheiß viel Schaden, Alter? Wenn das hier, auf der da geht, ist das... Jח-Lipsen... Also hier, das... auch, weil wir... Juhh! Ben, ich bin... Oh mein Gott! Du bist jetzt... Du bist jetzt... Ich bin... Du bist jetzt... Alter, das wird jetzt halt nicht nur mal Alter, das ist doch unmöglich, Alter Das ist doch unmöglich, Alter Im Ernst jetzt Wir müssten halt alles, was kommt Ja, genau, Alter Überleg dir das mal Das ist unmöglich, Alter Alter, das ist unmöglich Das ist unmöglich Das ist unmöglich Der Scheiß ist halt mal echt unmöglich Alter Wie soll denn das gehen, bitte? Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht, Alter Obwohl wir unseren Heiltrank aktiviert haben, kommen wir nicht hoch Oh mein Gott Hey Digga, das ist easy Das ist nie und nimmer easy Wie viel Schaden die auch mit einem Scheiß raushaut, Alter In 1 gegen 1 ist das ja noch möglich Das ist jetzt schon wieder scheiße Alter Das ist nie und nimmer easy Das ist ultra hart, Alter Was ist das für ein Spiel, Alter? Was ist das für ein Spiel, Alter? Alter Guck dir das doch mal an Und die ganzen Heiltränke sind schon Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott, Alter Das ist doch zum Kotzen Natürlich soll man kein Spiel haben, was einen langweilt Wo man alles weg... Aber doch nicht sowas Alter, das ist nur ein Miniboss, wenn man das so will Oh mein Gott Und wir haben ja für unser Level overpowerte Items Wir kriegen ja nur 228er Schaden 13 Arme Rüstung Und wir schaffen es nicht Wenn wir hier nur die Richtung anziehen würden, die wir bekommen Dann wären wir schon längst total am Arsch Aber wirklich total Ach Gott Haut doch jetzt den Stun raus, Alter Das ist doch nicht möglich, Alter Ja, alt Oh mein Gott Alter, guckt euch mal diese scheiß Krüppelbande da hinten an Jetzt haut doch den... Oh mein Gott, Alter Das Spiel regt doch einen auf, Alter Ach so... Okay Okay Ja, wir sind tot. So ein scheiß Spiel, Alter. Das ist doch ein scheiß Spiel, Alter. Ja, Magic, aber das haben wir nicht. Der verkauft aber nur Scheißdreck, Alter. Das ist, also ich weiß nicht, ob der jetzt... Das ist halt ein totales, unbalanciertes Spiel, Alter. Das haben wir gesehen in dem... Was sind das jetzt hier? Vielleicht aber in dem vorherigen... In dem vorherigen konnten wir schnetzeln und... Alter, nichts ist passiert. Und hier... Ja, gut, aber das ist kein Bestieger-Boss. Gegen den kommen wir noch an. Das war ja nicht schwer. 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 Ja, schön, dann wird Alldruck und Ulrich die finalen beiden Bosse werden. Ja, schön, wo jetzt? Loll, hier geht's nirgendwo lang, Alter. Was ist das? Ja, geil, wait. Achso, dann müssen wir hin und zurück. Okay, das pettert noch ein paar Halt drin. Okay, wenn das jetzt wirklich wieder eine Verzehnfachung des Schwierigkeitsgrades ist und wir jetzt wissen, was wir jetzt hier erwarten. Alter, das ist doch pervers. Also. Die Typen gehen ja noch, aber diese, diese verzauberte Sünde, die ist ja pervers. Oh, komm, Alter. Wird doch langweilig, Alter. Oh, komm, Alter. Oh, komm, Alter. Oh, komm, Alter. So können wir das dann immer ausrüsten, Alter. Ja, schön, was mal while active attacks goes while active. Okay. 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 Ich muss es jetzt so machen, wir tun nämlich viel zu viel Schaden. Loll, da ist jetzt hier eine riesen Treppe. Hm, hier sind noch ein paar Griffe. Wir kriegen immer noch pervers viel Schaden, Alter. Weil zum Glück ist diese Sillen immer da. Oder doch? Doch. Lol, Alter. Und jetzt gehen wir noch nach. So gehen wir dies jetzt von Mama an! Das ist jetzt nicht so? nur noch rechtsklick und 7 die ganze Zeit. Und manchmal auch noch 6. Na, was ist das hier? Hätte ich vielleicht auch noch reingehen sollen. Alter, es ist doch einfach nur... Ja, geil, es ist doch einfach nur scheiße. Das ist doch mal echt. Das hat vermutlich der Power-Mod ausgeglichen, dass du den Schwierigkeitsgrad nicht so abkriegst. Das hätte dann vermutlich, dass das Balancing besser wird. Die machen zwar viel mehr Schaden, aber du auch. Und im richtigen Torch ist es halt so, dass die viel mehr Schaden machen und du verreckst einfach nur dauernd. Und das ist das Problem. Oh mein Gott, jetzt haben wir hier so einen Riesen... Ja, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Alter, ist doch zum Kotzen. Das ist doch pervers. Das ist doch pervers. Magische Angriffssachen brauchen wir eh nicht. Das ist doch einfach nur zum Kotzen, Alter. Man darf halt nicht in die Massen reinlaufen. Dann kann man es theoretisch schaffen. Auf allen Dingen auf diese Scheiß... Ich weiß nicht, wie die heißt. Die wo gerade hier auf die muss man total aufpassen. Die hat einfach einen total perversen Charme aus. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Mehr als jetzt. Dann habe ich in der nächsten Folge gewirkt für den Power-Mod rein, Alter. Dann machen wir zwar 2000 Schaden, klingt OP, aber Alter, ich habe keinen Bock, dann hier jede Folge 80.000 Mal zu sterben. Weil, ich meine, das ist doch... Guck dir das an, was die für einen Scheiß-Schaden raushaut. Das gehört doch verboten, Alter. Jetzt hör mal auf, deine Scheiß-Krüppel zu beschwören, Alter. Und hör auf, so Scheiß... Sieben! Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Nein, rennen! Jawohl. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Im Ernst jetzt. Ja. Wir kriegen auch sogar nur Scheiß an. Ach nee, dass die da hinten im... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vor allem, das ist doch scheiße. Also, aus meiner Sicht jetzt. Erst hatte ich keinen Bock mehr, weil es zu langweilig war, weil ich alles einfach durchmetzeln konnte. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil ich dauernd sterbe. Also, im Ernst jetzt, das Prinzip von Torchheit ist zwar geil, aber wenn man natürlich nur scheiße... Also, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Was haben die sich denn dabei gedacht? Na ja, gut, komm. Alta... Sieben, sieben, sieben... Sieben, sieben... Sieben, sieben, sieben... Alter, das macht doch keinen Spaß mehr. Alter, das macht doch keinen Spaß mehr, Alter. Ich muss das mal durchlesen, ob das normal ist, dass es auf einmal so scheißschwer wird. Oder weil ich irgendwie jetzt den Powermod... Das ist halt so ein mega brutaler Kontrast zwischen vorhin und jetzt. Oder vorhin. Alter, das war das. Neue, neue, neue. Ich meine, das ist doch einfach nur scheiße, Alter. Oha. Lol, hier ist ein Portal. Ach, das portelt uns darüber. Okay. Die, die nerven. Wenn es die net gibt, dann wäre alles gleich 10.000 mal besser. Wir haben keine Health Potions mehr. Pets. Muss gleich wieder in die Stadt, weil wir keine. Ich meine, das ist doch scheiße. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hier ist wieder ein Portal-Tilebook. Oh, mein Gott. Na gut, komm. Wie sagt man so schön scheiße? Probieren wir lieber studieren. Jetzt, wenn wir mal 10.000 Shrine of Hells werden hier mal geil. Ja, und wieder. Ja, der kann sie uns vielleicht verkaufen. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Ja, der kann nicht mal aufhören, da drüben zu stehen. Ach, Alter, das Spiel kann einen aufschreiben. Ja, das würde da keinen haben. Was ist das? Ja, gut, schön. Hey, schau den jetzt gleich sofort wieder rein, Alter. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf, mich jetzt durch die letzten Dinge immer durchzuquälen und jetzt alle zwei Minuten einmal zu sterben. Da habe ich dann echt keinen Bock mehr. Dann mache ich lieber ein bisschen mehr Schaden, dann habe ich es einfacher, weil im Endeffekt ist es... Okay. Okay. Alter. Was ist mit der Map? Was habe ich denn jetzt auf das Ding des Scheiß Teil gemacht, Alter? Guck dir das mal an, der zieht mit 8 Guck dir diesen Scheiß Dreck an, Alter Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Guck dir das zu. und aber man muss nur ungefähr den 2 die ist vollständig überblickt wird war noch ein Portal wo das zwar weiß ich auch nicht mehr aber ungefähr weiß ich es glaube ich noch. Ja genau, hier war es. Oh mein Gott. Der soll mal von dem scheiß Portal runtergehen, das meine ich. Na, oh mein Gott. Bams. Oh, oh, oh. Jetzt bitte nicht nochmal sterben. Ja, egal, und da drüben erwartet uns der nächste Scheißdreck. Acht. Ja, und jetzt haben wir gar nichts mehr. Alter. Oh, hallo. Bye, bye. Hail. Good day to you. Pfff. Who are you? I, um... Das würde es ja auch nicht bringen, was zu kaufen, weil das alles macht nur ein bisschen mehr Schaden. Dann müssen wir irgendwas hoffen, was irgendwie 4 oder 500 Schaden macht. Aber, mam. Ja, alter, ich rette hier die Welt und die verkaufen und alles zu so Wucherpreisen, alter. Alter. Ach so, jetzt sind wir wieder hier drüben. Okay. Lol. Ja, gut, ich mache jetzt eine kleine Pause, ich haue jetzt mal schnell den Power-Mod rein und dann gucken wir mal... Im Ernst, jetzt, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, jetzt. Ich gucke mal, ich schaue mal den Power-Mod rein und dann schauen wir mal. Dann bis zur nächsten Folge. Jo, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.